Beibei bist du eigentlich mit Zero verwandt, ne. Kann ich zwar aus seinen Videos, aber ihr klingt eigentlich vor allem... Das sagen manche und das sehe ich halt gar nicht. Ich verstehe das halt gar nicht. Dai und ich hören uns null gleich an. Die Sache ist, Dai und ich haben sehr viel miteinander zu tun. Und die Sache ist, wenn man viel miteinander zu tun hat, fährt was auf einen ab und man sagt ähnliche Sachen in einem ähnlichen Ton. Das passiert öfter mal, aber die Stimme an sich, wenn man die Stimme eins zu eins vergleicht, ist es halt gar nicht gleich. Aber ich höre das immer wieder von Leuten, die das allererste Mal vielleicht Videos schauen oder irgendwie nicht so. Oder halt ab und zu mal reinschauen oder vielleicht... Halt jetzt erstmal gerade nur ein Projekt von uns mal gesehen haben. Aber wenn ich jetzt Leute frage, auch die uns beide wirklich gut kennen, ne. Zum Beispiel auch Freunde von uns oder Leute, die das wirklich gut einschätzen können, die sagen halt das auch so. Und das sehe ich halt auch nicht. Also wie gesagt, das mit der Stimme... Dass wir irgendwie eine gleiche Stimme haben. Finde ich immer weird, wenn das Leute sagen. Aber es sagen halt mehrere Leute, deswegen finde ich es interessant. Aber ich glaube, es muss wirklich an den Sachen liegen, die wir sagen, wie wir es sagen. Stärkste ist sehr, sehr schwierig, weil ich sehe zum Beispiel Kramor ist ein sehr wichtiges Problem im aktuellen Meter, aber es ist nicht das stärkste Kogobon. Da forcieren vielleicht. Einfach vom reinen Damage her, was wechselst du in den Wasser dran? Moment, was? Nein, das ist Shiny. Das ist Shiny. Das ist Shiny. Ihr müsst wissen, ich habe gerade, ich habe gerade, ich habe gerade vor wirklich, buchstäblich, zwei Minuten darüber nachgedacht. Was würde passieren, wenn jetzt das Shiny kommt? Ich habe genau darüber nachgedacht. Ich erzähle halt gerade über Competitive Stuff und dies und das. Und genau dann kommt das Shiny so. Ich habe irgendwie diese Vorstellung gerade in meinem Kopf. Ich bin diese durchgegangen. Und dann, ich schaue auf meinen rechten Bildschirm, bin da gerade in der Liste mit den ganzen Pokémon. Danke für Follower Alex. Bin da in der Liste mit den ganzen neuen Pokémon. Und dann schaue ich nur kurz nach links, sehe, das hat eine andere Farbe, höre dann dieses Leute, zwei oder so, ich bin ein Eier. Leute, was ist los mit dem Shiny-Lack? Was ist hier los? Das Shiny-Lack ist aktuell insane. Schauen wir uns direkt mal Wert und DVs an. Ah, leider Bruchrüstung, Leute. Leider die Bruchrüstung. Leider kompetitiv gesehen nicht das, was ich haben will. Das ist schade tatsächlich. Ich überlege gerade, Gorgason, wenn ich es weiterentwickele, der könnte mal eine Bruchrüstung spielen, aber Unheizkörper wäre eigentlich auch besser. Aber schauen wir uns mal die DVs erst mal an von dem. Das wäre noch wichtig, das zu wissen. Er hat tatsächlich perfekte DVs. Immerhin das. Perfekte DVs. Leider kann ich mir die versteckte Fähigkeit nicht gönnen. Fähigkeiten-Kapsel funktioniert bei versteckten Fähigkeiten nicht. Das ist ein perfektes für Aemon auf jeden Fall. Es ist aber halt nicht gut fürs Kompetitive. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Oh, das sieht cool aus. Das sieht halt echt gut aus, das Shiny im Kampf. Das gefällt mir. Will ich das wirklich weiterentwickeln, Leute? Okay. Let's go. Level 38 für Corazon. Wir entwickeln es nun und schauen uns diese nice Shiny-Form an. Speichern, entwickeln und dann im Kampf anschauen, um uns zu entscheiden. Ja, ich habe ja gespeichert gerade. Ah, das sieht schon cool aus. Ich, mir gefällt es. Mir gefällt es, glaube ich. Das ist schon nice. Wir müssen uns das aber noch mal anschauen, wenn es nicht so scheint. Kommt uns dieses Gorgazon jetzt an, dieses coole. im Bericht. Das hat schon was, auf jeden Fall. Das ist schon nicht schlecht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.